Willkommen zurück, meine edlen Glücksritter und Bockfräulands zu Toad War Medieval 2. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich habe siniert, wie wir weiter vorgehen wollen bezüglich dieser äußerst kritischen Situation. Wir haben hier oben eine große russische Armee, die vor Stockholm aufgetaucht ist. Ja, wir haben noch eine Runde Zeit, um entsprechend ein paar Einheiten auszubilden, aber mit diesen werden wir es nicht schaffen. Hier kommen Unterstützungstruppen, hier werden weitere Einheiten fortgebildet und auch die Kavallerie wird rüberkommen, aber all das wird sehr, sehr eng. Die Frage ist, ob ich diese... Gut, versuchen wir uns, den schwedischen Rebellen zu entledigen. Hm, versuchen wir uns. Ulrik Svendborg. Nur Nahkämpfer. Wir sind sehr, sehr fernkampflastig. Aber die Russen sind nicht das einzige Problem. Auch eine schottische Armee hat sich uns genähert. Ja, das ist in Ordnung so. Der Plänkelmodus ist aktiv. So ist es wichtig, dass wir zu Beginn gleich große Schäden beim Feind verursachen. Ja doch, da sind schon einige Verluste aufgetreten. Sehr gut. Es wird eine direkte Konfrontation und der werden wir nicht aus dem Weg gehen können. Aber gut, erste starke Verluste, sehr wichtig. Nicht komplett in Rage verfallen, Männer. Nicht komplett in Rage verfallen. Unsere Einheiten brauchen eure Unterstützung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, 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 nein. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Halt auf. Hinterher. Es gab einen klaren Befehl. Es ist ausgesprochen wichtig, dass möglichst wenig Rebellen diese Schlacht überleben. Damit dieses Thema mit den Rebellen ein für alle Mal erledigt ist. Unter keinen Umständen darf sich hier eine weitere Splittergruppe bilden. Das war der Lamm Dream. Okay. Ja, da sind einige von uns anscheinend noch etwas erfolgreicher gewesen. Sehr gut. 88 Verluste dennoch. 88 Männer, die wir im Kampf bräuchten. Sehr gut. Die Rebellen wurden niedergeworfen. Sehr, sehr wichtig. Ein vielversprechender Kommandant. Allerdings. Fühlt sich nicht geschätzt. Lukas Mannhoff. Ich denke nicht, dass es dazu Anlass geben sollte. Söldner Kocken. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Hier wird niemand mit uns rechnen, Kaiser. Hier können wir... ...alle gemeinsam, Männer. Alle gemeinsam. Die Söldner Kocken für 1000 Gulden. Das ist mir zu viel. Und wir könnten trotzdem diese Armee dort oben nicht aufarbeiten. Gut. Diese Situation hier ist zumindest vorerst erledigt. Ja, solange wir die Steuern auf diesem Niveau halten möchten, können wir dagegen nichts tun. Eure Befehle? Auit Arzin. Für das Reich. Für das Reich. Macht euch auf dem Weg. Ich lage das Lager auf, edler Kaiser. Und reitet dieser Armee entgegen. Befehle, Kaiser. Etwas mehr Kavallerie. Die Deutschritter sind wieder zurück. Das ist gut. Das ist gut. Kompliziert. Kompliziert. Ausgesprochen kompliziert die Situation. Aber ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihr... Kaiser! Ja! Dass wir der Situation Herr werden. Befehle, Kaiser! Schick diese Einheiten Richtung Frank... Oder hier. Vorwärts! Hier errichten wir ein Nachtlager. Metz sollte vorerst alleine gut klarkommen. Sollte. Ja, mein Kaiser. Viele Einheiten, die aufgefrischt werden müssen. Definitiv. Auch hier. Viel Reiterei. Das ist gut. Das ist gut. Befehle, Kaiser. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Ja, Kaiser! Gerade eben nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Marschiert! Die heutige Reise ist vorbei. Gut, hier scheint alles sicher zu sein. Gut, dass das geprüft wurde. Kaiser! Ja, Moment. Moment, Moment. Ja, die Abtei zuerst erneuern, bitte. Befehle, Kaiser! Und seid so gut und frischt mir die Helebarten auf. Sehr gut. Sehr schön. Ja, mein Kaiser! Kaiser! Ja, Kaiser! Ihr schließt euch Vereinen unserer Streitkräfte, Kaiser! Diese Armee an. Sehr gut. Hier bauen wir eine neue Kogge. Allerdings ein bisschen die Steuern erhöhen. So in dem Bereich. Na, ihr solltet schon vernünftige Steuern zahlen. Hoffen wir, dass die Situation sich hier bessert. Die Abtei wird nochmal nachhelfen. Aber ob das reicht? Befehle, Kaiser! Schwer zu sagen. Ja, mein Kaiser! Ja, Flotte bereit! Eure Befehle, Kaiser! Ja, kein... Ja, Flotte bereit! Naja, hier unten sollte ja alles erledigt sein. für das Reich! Wir haben hier halt unsere Stadthalter verloren. Das macht die ganze Sache im Süden nicht unbedingt leicht. Ja, Kaiser? Gut. Seid gegrüßt, Kaiser! Mit der aktuellen Situation müssen wir uns zufrieden geben. Dieses Mal habe ich gewiss nichts vergessen. Wir haben viele mobile Einheiten. Auch diese schottische Armee sieht schrecklich aus. Da brauche ich euch... Mir hat das auch Bauchschmerzen bereitet. Über die letzten Tage hinweg. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Aber im Prinzip haben wir viele mobile Einheiten in unserer... in unserem Reich. Wir brauchen uns nicht verstecken. Und auch Russland. Russland kann uns unter Druck setzen. Aber sie müssen ja auch Stockholm erst mal erobern. dieser Kaufmann ist schrecklich nervig. Das muss ich gestehen. Okay, England und Sizilien hat sich nicht viel getan. Mailand reagiert. Mailand versucht, Kontakt zu ihrer Hauptstadt aufzunehmen. So, jetzt kommt der große Marsch der Schotten. Doch ihr expliziter Plan ist noch unklar. Ich glaube, das sind Fahndungen zwischen dem Byzantinischen Reich und dem Papststaaten. Russland. Sehr spannend jetzt. Eine weitere Flotte. Sie verlässt unsere Häfen. Das ist schon mal gut. Rückzug. Dies lässt mich kurz durchatmen. Die Russen ziehen sich zurück. Das heißt, unser größtes Problem momentan ist die schottische Kreuzzugsarmee. Wobei die Frage ist, ob diese Armee überhaupt genutzt werden darf, um unsere um unsere ähm mitteleuropäischen Gebiete anzunehmen. Die falsche Flotte greift an, Kaiser! Verloren, das ist nicht schlimm. Verlieren ist nicht schlimm. Wenn wir dieses Schiff in einen Hafen bekommen, kann es die Erfahrung mitnehmen und die Polen haben hier keinen Hafen. hat uns im Stich gelassen. Wir segeln morgen weiter. Das sollte das Ende sein. wird angegriffen. Aber einige Flotten zu verlieren ist nicht so dramatisch. Eine Entdecker-Gilde. Im Laufe der Zeit haben die Herren und Sultane erkannt, dass die Erkundung neuer Länder im Allgemeinen leichter fällt als die Eroberung bereits bekannter Territorialgebiete. Die Entdecker-Gilde dient in erster Linie als Anlaufstelle für Pioniere, deren Aufgabe darin besteht, die Welt zu bereisen und detailliert zu kartografieren. Militärs zur Verfügung... Achso. Häufig stellt sie ihre Erkenntnis auch den einheimischen Militärs zur Verfügung, sodass ihre Truppenbewegungen insgesamt deutlich entspannter vonstatten gehen können. In Wien. Aufstand in Mailand. In Wien. Das ist ja interessant. Meine Schönheit hat schon viele geblendet. Aber allzu viel machen können wir da auch nicht. Aber schön, dass wir eine Entdecker-Gilde errichtet haben. So. Mailand. Repariert. die Kaufmannsbank. Und bildet Einheiten aus. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Seid so gut und schickt uns... Ja, mein Kaiser. Zwei Einheiten nach Mailand. Marschiert! Seht an. Das hat schon etwas Früchte getragen. Sehr gut, sehr gut. Hauptmann Helmut. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Und wir nicht mit euch. Verräter. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser! Ihr kümmert euch ab sofort hier rum. Ich bin Diener Gottes. Bin unterwegs. Ich fahre morgen fort, ja? Jawohl! Nähern uns dem Feinden des Reiches. Kümmern wir uns um diesen Verräter. Wir haben ja jetzt wieder etwas mehr Zeit. Wir haben uns ja wieder etwas Zeit erkauft. Der Rundenbericht ist im Allgemeinen zufriedenstellend. Ereignis auf... Ein Kaufmann in Alexandria. Zwei Kaufmänner in Alexandria. Neues Familienmitglied... Momentan sehr, sehr viele Tode. Der Baubericht. Dongola hat eigene Stelle. Stockholm eine Fruchtfolge. Und die Abtei in Mailand wurde repariert nach dem schrecklichen Kampf. Sehr gut. Ausbildungen auch reichlich? Ein Bündnis zwischen Frankreich und dem Byzantinischen Reich ist nicht gut für uns. Ungarn wurde vernichtet? Dieses Volk, einst eine legitime Macht, ist nun nur noch eine Erinnerung, die schon bald vergessen sein wird. Auch wenn euer Volk nun ein Hindernis weniger hat bei der Eroberung der bekannten Welt, ändert dies nichts an der Tatsache, dass nicht ihr es wart, die es bezwungen habt, sondern eine andere Macht. Werden eure Ländereien der nächste Eroberung sein? Es wäre Zeit, für den Papst einzuschreiben. Ja, Kaiser. Volle Segel. Der Wind hat uns im Stich gelassen. Wir segeln morgen weiter. Kaiser? Jawohl. Eröffne eine neue Handelsstraße. Sehr gut. Sehr gut. Ob wir hier weiter ausbauen, jetzt schon, kann ich nicht sagen. Das Wachstum stimmt. Alle sind zufrieden. Wir haben zwei Einheiten dort. Da zwingen müssen wir nichts. Da zwingen müssen wir gerade nichts. Ja, mein Kaiser. Für das Reich. Kaiser. Marschiert. Befehle, Kaiser. Ja, Kaiser. Ja, unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Ja, die Farmgemeinschaft für bessere Versorgung der Bevölkerung. Steuern sind sehr niedrig. Definitiv. Definitiv weiter investieren. Aber hier wird die Bewässerung errichtet. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ich wüsste jetzt nicht, was ihr dort unten anstellen sollt. Was wir hier brauchen, sind Einheiten, die dieses Lager sichern. Ihr bleibt vorerst hier. Die religiösen Unruhen hier müssen dringend bezwungen werden. Die Augen des Reichs. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Wie ein Schatten. Für eure Befehle, Kaiser. Ja, bleibt an, Kaiser. Nein, nein, muss zu. Heute kommen wir... lasst mich in Ruhe, Ungläubiger, im Ziel. Es ist doch offensichtlich... Ja, Lotte bereut. Lass mich in Ruhe, es ist in Ordnung. Wir schaden ihm den Jahr weiter. Verratet mir den Namen des Ziels. Tod? Das muss uns hin und wieder reichen. Sehr gut. Fähiger Attentäter, sehr, sehr gut. Grausamer Anführer, weniger gut. Aber unser Attentäter ist weiter ausgebildet worden. Schnell und... Reagiert man in Jeddah mit... Nein, man reagiert nicht. Das ist interessant. Man reagiert in Jeddah nicht auf die Situation. Befehle, Kaiser. Ja, auch hier möchte ich nicht zu viele Einheiten ausbilden. Wir haben genug in Cairo und Alexandria und können, selbst wenn ein Trupp übersetzt, reagieren. Das da oben verunsichert mich allerdings doch sehr. Befehle, Kaiser. Kurs gesetzt, Kaiser. Volle Segel. Unsere Flotte hat den Hafen vollständig blockiert. Gut, zuerst mal haben wir noch zwei weitere Priester. Einen hier oben, den haben wir bereits bewegt. und einen Kardinal hier. Bin unterwegs. Sehr, sehr viele polnische Agenten. Ich fahre morgen fort. euch wollte ich weiter in diese Richtung bewegen, ja? Wo ist der Spion? Kaiser? Welchen Fremdenreich? Der ausländische... Warum sind all unsere Agenten so schrecklich unfähig? Wo ist unser Spion? Wo ist unser Spion? Hier. Ja, Kaiser? Ich bin unterwegs. Ich fahre morgen fort, ja? Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel des Reiches? Tod? Ich bin nur ein Soldat. Sprecht mit unserer... Der General der Papststaaten wurde getötet. Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel Probieren wir es bei dem byzantinischen... Ja, ich überbringe ihm eure Nachricht, Kaiser. Schwierig. Ja, ich bin unterwegs. Schnell und leise. Für das Reich! Schwierig und nicht gerade von Vorteil. Begleitet bitte diese schottische Armee. Mein Kaiser? Eure Befehle? Kaiser? Die russischen Einheiten sind weg. Das heißt aber nicht, dass ich das Gefühl habe, ich könnte mich hier erholen. Ja! Der Marsch endet heute hier, Kaiser. Ja? Möglicherweise wäre doch eine Investition in unsere Flotte sinnvoll. Große Steinmauern. Das dauert drei Runden. Eure Befehle? Sieben Einheiten kommen von dort noch? Ja. Eine Stadtmiliz. Und die Steuern erhöhen wir. Ja. Ja. Über Ruß kann ich mich momentan überhaupt nicht beschweren. Das sieht sehr, sehr gut aus. Befehle, Kaiser! Ah, das sieht mir nach einer Söldnerarmee aus. Hm, Feudalritter. Ja, die genaue Ausbildung, darum kümmern wir uns gleich noch. Sehr zufriedenstellend. Eine sehr, sehr gute Garnison hier. Kaiser! Mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Ja! Ja, tu dich zusammen. Kaiser! Mein Kaiser! Ja, Kaiser! Und verfolgt bitte Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Die schottische Armee. Ja, wir finden die Truppen! Kaiser! Ja, Kaiser! Ja! Eure Befehle? Wir könnten auf Söldner zurückgreifen, wenn wir wollten. Aber momentan reicht mir, dass das eine sehr große Kavalleriearmee ist. Ja! 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 Ja, bildet die Einheiten gerne weiter aus. Sehe ich gerade keine Notwendigkeit für weitere Rekrutierungen. Metz und Staufen sind auch sehr nah zusammen. Das heißt, man könnte sich dagegen... Genauso wie Bern. Man könnte sich gegenseitig unterstützen, wenn es denn notwendig wäre. Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei. Schickt uns aus Frankfurt zwei allein. Ich empfehle, Kaiser! Vorwärts! Hier errichten wir ein Nachtlager. Oder wenn möglich vier. Ja, Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei. Dann hätten wir für Staufen und Bern Garnisonen. Das ist schon mal gut. Ich denke nicht, dass wir hier weitere Rekrutierungen benötigen. Ja, mein Kaiser! Schickt uns diese Einheiten nach Süden. Befehle, Kaiser! Ja, mein... Ja! Ja, Kaiser! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Vereinen unsere Streitkräfte! Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Für das Reich! Redet ihr mit mir? 14 Einheiten! Befehle, Kaiser! Hier haben wir neun! Für das Reich! Eure Befehle? Schickt diesen Jungspund hier hin! Ja! Führe unsere Truppen zusammen, Kaiser! Ja! Auch hier könnte man einiges an Söldner dazuholen, um eben Hauptmann Tomascius zu überfallen, falls man uns denn dazu zwingt. Hier könnten wir die Rebellion in den Griff bekommen. Frischt weiter Einheiten auf. Die Kaufmannsbank wird repariert. Und dann sollten wir doch das Ganze in den Griff bekommen. Was ist mit Genua? Genua benötigt frische Einheiten. Venedig sollte sich besser nicht beschweren. Bologna Genau, Bologna soll ja die Unterstützung sein, wenn wir die Papststaaten angreifen. Dann hoffe ich eben auf Bologna als Unterstützung. Florenz sehr zufriedenstellend. Ärgerlich ist nur das Hauptmann Sarakinus dort zwischen uns und den Feinden steht. Ja, mein Kaiser, für das Reich. Befehle, Kaiser. Die Lage in Wien gefällt mir außerordentlich gut. Schickt mir diese Kavallerie Einheiten hier rüber. Oh, das ist auch eine sehr gute Ausgangslage mittlerweile. Frisch noch die Einheiten aus und wir haben all unsere Probleme beseitigt. Dann soll erstmal jemand versuchen Budapest einzunehmen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Alexandria wird ausgebaut mit einer Farmwirtschaft. Kairo wird mit einer Bewässerung ausgebaut. 1600 Wahrscheinlich können wir nicht beide ausbauen. Sehe ich das richtig? Moment. Farmgemeinschaft bedingt sich nicht, aber wir könnten einen Schmied errichten und parallel dazu in Gaza eine Kapelle. Sehr gut. Sehr schön. Bildet einen Diplomaten aus. Ah nein, hier geht es nicht. Hier. Einfach nur, damit wir jemanden hier nach Westen schicken können, sollte dort wirklich jemand anrücken. Ja, Kaiser. Euch sollte man für eure Ketzerei den Prozess machen. Natürlich sollte man das. Ungarn wurde vernichtet, aber von wem? Wir werden das vermutlich früh genug erfahren. Möglicherweise hat das Byzantinische Reich Ungarn vernichtet. Das könnte auch der Grund dafür sein, warum Frankreich sich mit ihnen verbündet, da es die Stärke des Byzantinischen Reichs benötigt. Ja, diese Übernahme war irgendwie zu erwarten. Weil wir auch leider nur unfähige Kaufleute haben. Das ist leider unser großes Schicksal. Apropos, wir hatten ja noch einen Auftrag der Händler Gilde. Aber ich sehe nicht, wie wir das lösen sollten. England und Sizilien wieder halten sich sehr stark raus. Mailand selbst bewegt sich wie ein geschlagener Hund über die Karte. Oh, da ist eine französische Amine. Die Schotten sie pass na jetzt bin ich gespannt. Die Schotten haben das Wappen ihres Kreuzzugs verloren. Russland auch immer wieder interessant. Ja, sie haben wieder die Blockade errichtet, aber kein Angriff. Die Maurer schicken ihre Diplomaten aus. Ich denke, dass es nun soweit ist. Ich denke, die Ägypter haben nun endgültig Jerusalem angegriffen, aber dieser Überfall ist längst überfällig. Und die Polen greifen Thorn an. Oder verprügeln sie einen Priester. Nein, sie greifen Thorn an. Mit einer Söldnerarmee. Polen hat mal wieder einen größeren Anschlag vor. Interessant. Ihr wollt dem Bologna eine Meisterkaufmannsgilde errichten. Ja, dann mach das. Thorn wird belagert. Das Byzantinische Reich ist die Fortschrift die Seite. In Hamburg. Momentan sterben uns unsere alle weg. In Florenz haben wir jetzt einen Schmied in Alexander eine Farm Gemeinschaft und in Mailand haben wir die Kaufmannsbank repariert. Sehr schön. Polen hat mit den Türken Krieg und die Schotten wurden exkommuniziert. Haben wir mit den Schotten einen Krieg? Haben wir. Für das Reich. Schwierig. Ja, Leute bereit. Kurs gesetzt Kaiser. Ja, Kaiser. Volle Segel. Die Augen des Reichs. Jawohl, Kaiser. Jeddah hat mittlerweile nicht mal mehr eine Garnison. Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, bin unterwegs. Tod oder Zerstörung, Kaiser. Schnell und leise. Es ist momentan sehr verwirrend. Entweder ist er gestorben oder man hat ihn getötet. Gut, zumindest das Bevölkerungswachstum hier wurde gesichert. Sehr schön. Ausbauen können wir vermutlich nicht. Gaza. Nochmal zwei Einheiten hinschicken. Die Gefahr besteht, dass sie sich gegen uns wenden. Das ist das große Manko dieser Vorgehensweise. Kaiser. Ja, Flotte bereit! Gott segne euch! Hier wurde ein neues Familienmitglied anscheinend. Nicht direkt ausgehoben, aber entsendet. So, was haben wir hier? seid in der Lage ein sehr gut. Okay, die erste Belagerung müssen wir ... Ist deine Armee dabei? Nein. Die erste Belagerung müssen wir mit den Einheiten, die wir jetzt momentan in Torn haben durchbrechen. Das steht denke ich außer Fahre. Sperre Armbrust Miliz Nicht ungefährlich. Aber das müssen wir schaffen. Weil wenn die Verstärkung der Polen eintritt wird die Situation deutlich schwieriger. Fehr also sie sind weit weg weg. Also gut, sie schicken ihre Armbrustschützen nach vorne, das ist lo... Oh, schickt sie uns weiter nach vorne, das ist intelligent. Ungeschützt. Den ersten Hagel müssen wir vielleicht ertragen, aber einmal können sie angreifen, öfter nicht. Und jetzt fordert direkt... Das ist jetzt kompliziert. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Und verfolgt die Armbrustmilizen und vernichtet sie. Sehr gut, ein guter Beginn, ein guter Beginn in eine sicher nicht ganz unkomplizierte Schlacht. So, ihr kommt bitte herunter, ihr schützt diese Einheit. Kein Schutz, keinerlei Schutz. Und der Feind wird besiegt werden. Und jetzt stellt euch hinter ihn auf. Eine sehr gute Position. So, wir warten natürlich auf unsere Bogenschützen, ist denke ich vollkommen klar. Fokussieren sich die Speerträger immer noch nach vorne. Ein wenig eigenartig und auch dümmlich. Wenn sie das tun, könnten wir einen Ansturm von hinten... Gut, es ist eine Söldnerarmee. Geringfügig bloß organisiert. Männer, beginnt mit dem Angriff. Und ihr rückt nach, ihr rückt nach. Das sind Bogenschützen, die müssen sehr nah ran. Und abdrehen und der Kavallerie hinterher. Ihr müsst, nein, 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 ihr müsst ihnen entfliehen. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Da habt ihr euch zu sehr provozieren lassen. Ruhig. Ruhig. Männer, Aufstellung. Ruhig. Ruhig. Moment, 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 Moment. Hier, 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 hier. Uff. Uff. Und da habt ihr uns dezent in die Karten gespielt. Für das Reich. Bleib stark. Und der Feind wird besiegt werden. Die Schlacht läuft absolut großartig für uns. Nicht zu sehr vorrücken. Uff. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Nach weitaus weniger. Nur an der Zahl. Aber es ist gut. Die Verluste werden gering gehalten. Und die zusätzlichen Einheiten der Polen werden das nur bedingt klären können. Da bin ich mir sicher. Seht, wie unser feiger Feind rennt. Zeigt den Angriff voranzutreiben. Räumt auf. Sehr schön. Sehr schön. So fallen die polnischen Einheiten vor unseren Toren. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Sehr gut. Möglicherweise sind sie bereit, ein Kopf Geld zu bezahlen. Niemand wird uns hier vermuten, Kaiser. Das Reich ist siegreich. Ein wenig unsere Kassen füllen. Uh. Das ist interessant. Wohin flieht ihr? Ah, sie fliehen aber trotzdem über die Grenze. Ins hinterste Eck. Das waren doch einige. Befehle, Kaiser. Kaiser! Gut. Machen wir es so. Machen wir es so. Frischen wir einige Einheiten auf. Ja, Kaiser. Ja. Das sind doch viele Einheiten. Ja, Kaiser. Zieht euch vorerst zurück. Morgen geht es weiter, Kaiser. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Gerade noch niemanden. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ja, mein Kaiser. Das sind insgesamt nicht viele Einheiten. Kaiser! Ja, mein Kaiser. Kaiser! Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser! Bekommen wir die Stadt kont... Ohne Probleme bekommen wir sie kontrolliert. Neue Sperrmilizen. Ja, mein Kaiser. Und mit diesen Einheiten können wir Jagileon Chisinski angreifen. Hier würde ich momentan nicht allzu viel machen. Mein Kaiser. Eure Befehle. Kaiser! Marsch hier! Diese Einheiten benötigen wir in die Metz. Diese Einheiten sollen hierher kommen. Ja, Kaiser! Kommt und komm! Ihr Feigling! Wir werden zum Kampf kommen. Keine Sorgen. Nur in der Schlacht können wir uns miteinander abgeben. Wollt ihr ein Angebot auf den Tisch legen? Oh, ich möchte kein Angebot auf den Tisch legen. Ja? Kaiser! Kaiser! Ich denke, die Situation in Polen ist soweit gut. Für das Reich! Ja, mein Kaiser! Vorwärts! So, nun ist es eine vollständige Armee. Für das Reich! Ob ich die Schotten direkt konfrontieren möchte, weiß ich noch nicht. Zumindest könnte man sie stark schwächen in einer direkten... Ja, das ist eine ungarische Armee. Hier. Befehle, Kaiser! Eure Befehle? Kaiser! Ja! Vereinen unsere Streitkräfte... Mein Kaiser! Vorwärts! Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel des Reiches? Ihr müsst wieder etwas schaffen. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Was ist das Ziel des Reiches? Die Situation ist... Er ist ein toter Mann. ...steht kurz vor der absoluten Eskalation. Wichtig, dass das zumindest funktioniert hat. Er konnte sein Agententalent erneut auffrischen. Ja, ich bin unterwegs. Ich bleibe bis zum Morgen hier. Die Papststaaten haben nur die Mauren und Polen als direkte Verbündete. Mit dieser Armee Tomaschius de Macho anzugreifen. Und dann nach Süden weiterzuziehen, um die Papststaaten direkt zu fordern. Seid gegrüßt, Kaiser. Das ist vermutlich, als Blasphemie abgetan wird. Darüber brauchen wir uns, denke ich, nicht zu unterhalten. Die Frage ist, interessiert mich das? Sehr gut. Da mir die Situation einfach zu unsicher langsam wird. Seid gegrüßt, Kaiser. Immerhin hat der momentane Papst einen Kreuzzug gegen uns ausgehoben. Jerusalem, Mailand, Hamburg, Jeddah. Ja, Kaiser? Verratet mir den Namen des Ziels. Ich denke, Thorn können wir verteidigen. Noch mehr schottische Einheiten. Hier werden wir acht Einheiten besitzen. Kommt zum Kampf! Mehr als die Franzosen. Wir können die Franzosen direkt fordern. Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Vorwärts! Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja! So, mal sehen, was die Franzosen hier für ein Spiel spielen wollen. Mal sehen, was sie für eins spielen wollen. Mal sehen, in welchem Spiel wir sie mal wieder belehren müssen. Hier ist die Situation momentan sehr, sehr gut. Was ist mit Ungarn passiert? Für das Reich! Für das Reich! Ich greife Schottland nicht an. Schlage das Lager auf, edler Kreis! Normalerweise sollten sich die Armeen gegen Ard Arthin wenden, da es ja keine Kreuzritterarmee mehr ist. So wie es bei uns damals lief. Sehr viel Kavallerie. Das bedeutet, wir überfallen mit dieser Einheit, die Armee der Pappstaaten. Es ist mir eine Ehre, aber ich bin nicht für Verhandlungen hier. Geht mir ganz ähnlich. Ich bin auch nicht für Verhandlungen hier. Gut. Es könnte das nächste Mal zur ultimativen Eskalation mit den Pappstaaten kommen, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir dadurch wirklich etwas zu verlieren? Immerhin provozieren uns die Pappstaaten nun unentwegt. Und da ist natürlich die große Frage, kann die Situation für uns noch schlechter werden? Da sowieso jede, jede Fraktion, die dem Christentum treu ist, die dem Christentum treu ist, sich schon gegen uns verschworen hat. Daher, wir haben hier oben noch einen Konfliktpunkt gegen einige Rebellen. Wir haben hier unten einen Konfliktpunkt gegen die Polen. Wir haben hier unten einen großen Konfliktpunkt mit den Pappstaaten und hier eben einen mit den Franzosen. Den werden wir aber nicht diese Runde beheben. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dahin, euer Kaiser Odin I.